Ich hab grad ne Suppe gekocht. Leute, kommt rüber, es gibt Abendessen. Cheese! Yay! Hi! Setzt euch hin, bitte! Guten Appetit! Oh, das schmeckt gut. Ja, lecker. Entschuldigung, ist das Fleischsuppe? Ja. Welche Art von Fleisch ist es? Das ist Schweinefleisch. Entschuldige, aber Muslims essen kein Schwein. Oh, das hab ich nicht gewusst. Lasst uns fürs Abendessen zu mir gehen. Ja, los geht's! Willkommen im Nahen Osten. Ist fertig. Wir haben Brot, Rind und Hummus. Ala, was ist los? Wir essen kein Rindfleisch in Indien. Tut mir leid. Tut mir leid, ich wusste das nicht. Okay, Leute, lasst uns zu mir gehen. Okay. Willkommen in meinem Haus. Wow. Mein traditionelles Essen ist Hühnchencurry. Guten Appetit! Leute, was ist passiert? Oh, es ist scharf. Oh, es schmeckt wirklich gut, aber es ist so scharf. Es ist so scharf. Ja, wir mögen scharfes Essen. Leute, sollen wir vielleicht zu mir gehen? Danke. Danke. Gehen wir. Willkommen bei mir zu Hause. Kommt und setzt euch bitte. Nein, in Japan sitzen wir so am Tisch. Was ist das? Wo sind denn die Gabeln? Das sind Stäbchen. In Japan benutzen wir Stäbchen anstatt Gabeln. Ich werde euch mit meinem japanischen Essen überraschen. Bereit? Guten Appetit, Leute. Was ist das? Tut mir leid, aber das will ich nicht essen. Ja, ich auch nicht. Was ist los? Das ist ein japanisches Nationalgericht. Nein, danke. Sicher? Ja. Tut mir leid, aber sowas essen wir nicht. Das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ihr das nicht esst. Keine Sorge. Oh, Leute, möchtet ihr vielleicht Tee? Ja, bitte. Ja, bitte. Lecker. Leute, wir sind alle unterschiedlich und einzigartig. Wir mögen einander und respektieren immer die Tradition der anderen. ARD Dientes PYT Bei tippo www.marie44193-hist.com Abonniert �